Das war Bad Ja, ich seh schon, wir haben den bewerfen Mit mir hoch? Ja Ey, Tick-Kerl, mach's halt hoch Sunderbar nicht als Erster Wir müssen uns beim Alpha auch schon sammeln, weil es nicht bluseinander auskommt Schaut gut aus Die Backwards fahren bitte vor oder hinter der Sunderbar Weil die Sunderbar sind halt bloß gegen Flieger, ne? Und den Freakurschen, die jetzt von McRider getroffen wären Aber den können wir uns dann nicht anlegen, das sind die Panzerfreund Dann gib mal Gas, Jungs Schieb mal jemanden mit dem Microstand, der ist so langsam Genau Schau mal die Starken vorher Das hilft nicht, der bremst nur aus, schau Nicht schießen Nee, ich schieb nur Nein, ich sag ja, aber irgendjemand hat grad mit einer Enforce oder so Das ist still Ja, der ist still, Alter, bitte Ich glaub, dass vorhin jetzt schon ab am Platonweg kommt, ne? Also ich liebe das, wenn ich halt in irgendeinem Fahrzeuggranatze die ganze Zeit umschießt Wenn keine Garten mehr da sind Ja, da geht's ab eindeutig Wir sammeln uns nochmal hier Weil da vorne ist ja ziemlich viel los Da gibt's bei mir so ein feindliches Anleben Bilden ne Reihe am besten, damit das versteht Die Außenpannung an die Seite Oder Freund, Freund ist auch immer gut gepanzert Guck mal, jetzt wollen sie dir unbedingt den Kill fladern da Schau mal das an Schau wie sie vor mir stehen Das heißt, soll ich nicht abnehmen, ey Das heißt, soll ich nicht abnehmen Aber ich kann das auch, Leute Denkt dran, den Servorus zu fahren Ey, Servorus, ich schieß dir gleich hinten rein Ihr habt das bei mir auch gemacht, ja Okay Hab ihn Mit einem Schuss Autsch Schau mal, Panzer, wo getrennt bin ich ab? Ja, wir schubsen Du bist das Alphamännchen Du musst das aushalten Markus Was denn? Fahrst du? Das ist kein Sandlieder, das ist kein Sandlieder Wie soll ich fahren? Ja, ist der gerade übelst Ja brutal, hab ich auch nämlich, vielleicht nämlich auch gerade stehen Dahinten ist ein Sandlieder Ne, vergiss es Da Da, hier muss doch irgendwo was sein Da, überall Geht nicht Da, da Da haben wir uns eine Infanterie und eine MEX Okay Ich habe keinen Winkel auf die Infanterie Ich stelle mich mal ein bisschen schräg Ich würde sagen, auf den Sandlieder Ah, da ist sicher ein Sandlieder drin, oder? Ja, da ist einer Wiener? Wiener? Habs gesehen Und schön auf die Sandlieder Ne, Dratir, ich bin zu hoch Ja, vergiss es Yeah, meiner Möglicherweise haben wir beim Platoon-Wegpunkt in der Garage auch noch ein Sandlieder Speedway, ich schätze, ist da Dann gehen wir mal gucken, ne? Du sollst eigentlich die Luft im Auge behalten Ich guck überall Ja, ja, nur das Problem ist Noch Ist hier Hier ist blauer Himmel Ist doch schön Ja, Sonnenschein Da läuft einer oben links Aufpassen, oben liegen meistens Panzer Minen Ne, da ist nix Da steht schon ein Befeindeter Da oben Warte mal Das ist die Ist die Westen? Ne, ist ne Galactic Piss dich für Minuter, Mann Kommt ihr ran Hau ab Na, willst du gucken, Radder? Echt doch, doch, man trifft Man trifft Ja Welche Galactic? Schauen wir mal nochmal, die mit dem PP auch trifft So, ne Wünschungs nachladen Hast du sie noch? Ja Ja, die haut ab Ist gespottet So, jetzt einmal wieder umdrehen Wir treffen uns beim Truppwegpunkt Alpha Ja, die verzieht sich Ist so weit weg Im Turm Ja, ich hab's gemerkt Dann fahren wir zu einer anderen Station Die eigentliche Warte, den Lightning davon los Äloi Was hat der denn gemacht? Der hat einen Flipping So, 20.27 Uhr Was macht der denn? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Habt ihr grad den Lightning überfahren? Sind alle da? Wenn wir Alpha-Wegpunkt Dann sind wir weiter zu Bravo Mossee, Mossee im Westen Van Weaver, der ist abgestürzt Van Weaver, der ist auf uns Abgestürzt Der ist absichtlich, wir sind uns reingeflogen Nein, stopp Und weiter Richtung Bravo Mossee Ja, da war ne Mossee über uns Ich hab's die Siedle nicht mehr Nord-Osten 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 Ja Ja Fantastisch Oh, ich muss die Spahn auch mal wieder auf Deutsch umstellen Wie kannst du nicht? Die hab auch schon geguckt Wie geht das nicht? Doch, das geht im Launcher Das kann man im Launcher Ja, im Launcher Im Launcher muss man das wieder hochstellen Waaah, nervig Oh, da fährt hier Da fährt hier ein Team Oh, da fährt hier Da fährt hier ein Team Mossee 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 Oh, so rüber, auf geht Irgendwas raus Da hat sie besten lachen nicht vor ja ich sehe es nämlich noch eine wir müssen die komischen Dinge finden von die seiner Seite kann auch seiner sein ok hier ist nichts mehr nichts Alter wir werden überall abgetränkt hier ist ein Ravokkirch denn einmal wieder obstrein und fahrt mal bei Rhyme an der Nützlichste die Wegpunkte vorbei, wir treffen uns beim Ravokkirch ja vielleicht sollten wir den unterstützen, Auroa Matt Wales, vielleicht brauchen die bisschen Hilfe ja was glaubst du warum da die Wegpunkte hinführen ich weiß es nicht, vielleicht hast du Langeweile ja genau, ach komm, ach komm, da ist ein Flash da ist ein Flash, da ist ein Flash da ist ein Flash, da ist ein Flash ha, ich hab'n gekächt ich hab'n gar nicht gesehen haha, danke, dass das war ja, ich sehe schon, wir haben eine Bewerbung für mich hoch, ja der andere war nicht als Erster ja, da musst du ja mal Platz machen dann kommt ja nicht, das ist ja nicht so langsam oh, wir sind im Süden oh, wir sind im Süden ja, ja, da ist ne Galaxy oben da ist ne Galaxy oben wurschne Galaxy Süden oben auf der Galaxy ist da, ist nicht ist meine ja, ja rechts, Michael ja, da ist nicht ja, da ist nicht gib Vollgas bei mir sind die Sounds grad voll verpackt bei mir sind die Sounds grad voll verpackt bei mir sind die Galaxy zur Linken Mossy über uns ja, Mossy kommt auf die Mossy, macht bei mir gar keine Geräusche ja, hier ist die Weiche rinfahren bei mir ist der Galaxy ja, da ist ne Galaxy ja, da ist ne Galaxy ja, da sind sie ja voraus, voraus, 12 Uhr ja, was sind da, was ist da? ne Galaxy kack mal den Wano hab ich weg ist fast Müll weg auf andere Seite ich kann nicht mehr viel haben Nordwest ist markiert das sind Skites, also da ist jetzt sind noch Ding jawoll, Munition Galaxy ist match gut hat die Galaxy Skite vor uns, direkt vor uns die Galaxy die Galaxy ist am Boden Nord-Osten-Nord direkt zur Galaxy Nord-Nord-Osten ja, cool alles da Tom Hanks ja, schön an Servus orientieren Alpha Leader der haut nach unten links ab die Sars 5-2 die Links rechts auf den Berg oben Zandere K.O.TV vor uns haben wir auch gleich Zandere der ist direkt vor uns, die braucht nicht weiter von die würdest vorne schießen können wer beschießt uns? er ist gleich down ist weg auf der rechten ist da noch einer wir haben uns gerade angegriffen wir sind im Berg direkt wieder von Norden an nach wo? das ist dann da vor uns hört man auf zu rum ey, deswegen treff mich los da ist er wieder da schießen die Raiders schon auf die er kommt Nord-Osten ja, ist schon dabei sind nur zwei, da müssen wir gucken mehrere sind sogar, drei vier gut ich habe ihn getroffen ich habe ihn getroffen so ist halt, dass du noch ganz einfach sind ja, ich habe Lightning wir hätten raucht etwas im Nordwesten, Norden jep, dahinten McRiver, McRiver links von uns Juhu, Sanderer kill im West aber einmal der verzieht sich hier wieder der Penner Aua Rechts, GA Internal hogy ince Panserm my referencing Schaprès feindlicher Sanderer im Westen aber er fährt nach nor West ja wir haben rechts ja wir schiessen die finden komm 세�ernologie wofahren was hast du? Sanderer ich habe das Ingresen ganze Menge Feinde. Fahrt mal rechts an dem Stein vorbei vielleicht. Da ist ja sowas, die vorne bitte einmal links halten. Links schießt euch den Thunder von hinten ab. Links, 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 links. Da ist der Thunder. Ah, da ist ein... Ja, der ist ein Weigling. Ja, ich sehe ihn. Roter Rad links, den Nighting Plant machen. Jawohl, nice. Das ist ja ein neuer Schilder. Ach, wir haben das auch schon von Grief. Bewegt euch. Oh, das sind zwei. Okay, nein. Hey, der war zurück. Gib Gas, gib Gas. Was hat er? Jemand ist ausgedacht. Das ist ein G-Hard-Flash. Ich habe mal zurück in den Felsen, ich repariere. Nein, da kommt ein Nighting Plant. Ja, ich sehe es. Haben ihn. Okay, bleib mal da stehen. Sagst du noch, Sixen? Ja. Ich habe gerade gedacht, ich würde den Wengard fahren. Nee. Wo ist denn so eine Repair-Geschicht? Die ist von G-Stats. Die wird schon vernichtet. Was haben wir denn jetzt noch? Verlau'n sich, dass ich bitte bei Serralis nicht wusste. Am Servus verschaffen darfst du es. Nee, unten hast du schlecht aus, aber ich habe das nicht. Hetzigstum, wo spawnst du? Am Platoonpunkt. Ah, da unten. Ausgangsklassen beim Spawnen. Wollt ihr nochmal, Wengard, oder wollt ihr jetzt richtig starten? Richtig. Richtig. Reaver. Ja. Reaver. Doch, cool. Jut. Dent, zieht euch hier die Ausdrucksleine. Ey, Tom Hanks, ich wette, Klaus, dich nicht auf die Medien zu schießen. Was, das ist schlau? Ja. Ja. Die Truppen wieder sind in der Dissandra. Ähm. Wo ist er gerade zu Wort? Äh, die Galaxy ist natürlich. Oh, heute krieg ich extra untergegangen. Galaxy. Gleich wieder raus. Galaxy. Soll mir dann die Klassen holen, für die wir bestimmt waren, oder was? Ja, er hat gesagt, Ausgangsklassen, bitte. Okay. Geht mal sterben. Ich muss wiederbeleben. Ja, da war ein Spion. Ich hab ihn gesehen, der steht genau vor mir. Ja, ähm, wir brauchen eine leichte, eine Swanbeacon ist direkt über uns, ganz oben. Ja, ich mach das. 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 Ich muss das hinteren Landebett. Oh, ich wollt grad... Hä, warum machst du so viel Schaden? Er hat schon eine Hand zerrissen. Hahaha. Was war das Ding hat für ein Geräusch? Das wird der Spion gewesen sein. Nein! Ja. Oh, der Penny hat gezündet. Äh, das ist schön. Ja. Bist du gelandet? Ja. Zirkin, du bist gleich tot. Oh, der ist kaputt. Ah, wirklich? Oh, der ist kaputt. Ah, ja. Hier ist er. Zirkin, du bist gut. Mit Galaxy kannst du's vergessen. Danke. Au, 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 au. Ich stehe hier mit Mossy ab. 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 Ja, Mossy kommt hier. Ja, ich könnte ihre Hilfe gebrauchen. Ja, ist ein feindlicher. Ja, zurückkann. Kondition liegt. Die kommt wieder. Wow. Ich ziehe mal Böster. Ja. Dark bleibt neben. Nein, 6 in Main. Meine Wiederbeleitung. Ja. Immer kurz abkann. Wie sieht's aus? Wo steht der Faller? Ich hab zig geschossen. Ne, das war was kleinkalibriges, was sich geschossen hat, Zigchen. Ne, das waren da die Brawler. Seht sie da die Brawler nicht? Ne, wo 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 nicht? Ich ziehe die Osten sehen. Oh, die Max ist bitte umrüsten auf Braves und Falkens bitte. Und die haben auf mich geschossen. Ich hab das. Ich bleibe an TR. Ja, nicht alle. Ne, ne? Ach der ist auch auf K. Ne ist auf K, ja hat er gesagt. Alter, hier links ist der. Morsi, hinter dir. Oh gut. Pauler, komm. Ich hab das schon gefallen. Ich hab das nicht gerecht. Wenn man kann sich so ein Schild reinstellen, dass man das gar nicht mehr sieht. Ich brauche Ingees, ich bin Troutenberg, ich bin Troutenberg, ja danke, weißt du wieso, ihr habt vier Sanitäter und nur drei Ingees, das heißt ein Sanitäter müssen halt eigentlich Ingees sein.